Heutzutage bleiben Generationen meist unter sich und reden nicht mehr miteinander. Genau das wollen wir in unserem AUX-Generationen-Special ändern. Dieses Mal zum Thema Entertainment treffen Stand-Up-Comedian Jack Nuri, 50, und TikTok-Comedy-Star Satansbratan, 23, aufeinander. Also ich habe ihn Jack Nuri schon gesehen, aber nicht wirklich befasst mit ihm. Aber ich freue mich auf jeden Fall, ihn heute kennenzulernen und mit ihm zu drehen. Den TikTok habe ich erst kürzlich entdeckt. Dann habe ich ein bisschen geschaut, was der Erik so macht. Ich finde es klasse. Er hat eine riesen Reichweite und er ist sehr authentisch und das ist seine Stärke, glaube ich. Ich denke auf jeden Fall, dass ich etwas von ihm lernen kann, aber ich glaube, er kann auch etwas von mir lernen. In verschiedenen Spielen lernen die beiden den Humor des jeweils anderen kennen. Werden sie mehr Gemeinsamkeiten oder Unterschiede finden. So, wir spielen jetzt noch have never ever. Was heißt? Mich selbst gegoogelt. Sicher. Also ja, I have. Ja, ja. Definitiv. Und was ist rausgekommen? Ja, Schaß. Über mein Alter gelogen. Ja sicher, wo ich jünger war. Mit 16, was ich gemacht habe in den Clubs. Alter gelogen. Ja, wie ich noch klein war, wollte ich älter werden. Und wie ich dann alt war, wollte ich jünger. Ja, ich wäre aber gern noch jünger. Echt? Noch jünger? Ja, ich wäre gern wieder 13, 14. Das war das schönste Alter. Also ich glaube, mit dem Alter, wo ich mich jetzt befinde, es passt schon, was ich erlebt habe. Also ich brauche nicht noch einmal 23. Ja, gehört dir. Passt. Mich für meine eigene Comedy geschämt. Hast du? Ja. I have never. Nein, ich habe mich noch nie geschämt dafür. Nein, geschämt. Wie ich dann erstmal auf die Bühne war, war ich so derb und rassistisch veranlagt. Und dann nachher, nachdem ich die Videos angeschaut habe, habe ich mir gesagt, Alter, das bist nicht du, oder? Ich bin halt immer so, wie ich bin. Ich denke mir manchmal, wie können die Menschen darüber lachen, so zum Beispiel halt eben diese verschiedenen Videos, die ich mache. Manchmal denke ich mir, für mich ist es gar nicht mal so lustig, wie es für andere ist. Naja, bei mir ist es so, wenn es auf dem Publikum kommt, wenn es lauter Österreicher sitzen, ja, du kannst dir den besten Jocks reinhauen, ja. Also du denkst, Alter, du suchst einen Fehler bei dir. Ja, so wäre ich es. Ich bin jetzt dran, oder? Na gut, okay. Über einen unlustigen Witz gelacht. Ich lache immer über meine eigenen. Nein, ich auch. Meine sind immer unlustig. So, dann, let's go, nächste. Jemand auf Social Media getrollt? Ja. I have never. Ja, meine Ex-Freundin. Okay, okay. Nein, habe ich nicht gemacht und ich unterstütze das auch überhaupt nicht. Ich habe nur geschaut, wo sie ist, was sie macht, was sie Friseur hat. Getrollt, du weißt ja nicht, was getrollt ist. Getrollt heißt Mobben. Nein, geht nichts. Nein, nein, nein. Okay, das heißt, okay, überhaupt nicht und versuche ich auch sehr vielen Jugendlichen einfach ans Herz zu legen, dass sie das nicht machen sollten, weil sie nicht wissen, wie in welcher psychischen Verfassung der andere ist oder der Jugendliche oder das Kind ist. Ja, auf jeden Fall. Nein, habe ich nicht gemacht. Also, super, freut mich sehr, dass wir da gleich. Wir spielen Would You Rather, das heißt auf Deutsch so viel wie Würdest du lieber? Lieber mehr Geld haben oder mehr Zeit haben? Das ist ja eine ur-ur-böse Frage eigentlich. Du kannst die teuerste Uhr haben, aber die Zeit kannst du nicht kaufen. So ist es. Ja, das ist keine Uhr. Ja, jemand hat eine Uhr gestohlen. Ja, genau, da ist kein nichts drauf. Lieber nie wieder lügen können oder nie wieder glauben, was dir gesagt wird. Lügen, es gibt so Notlügen. Ich habe es nicht nötig zum Lügen, aber es gibt so kleine Notlügen. Ich bin schon am Weg, aber du bist noch in der Dusche oder gehst gerade duschen erst. Bisschen blöd. Oder nie wieder glauben, was dir gesagt wird. Ja, aber das, was willst du dann machen? Das ist ja, ich meine ja, das ist ja... Das ist eine Frage, die... Ja, wer hat diese Frage erfunden? Weißt du was? Antwort, komm, Antwort. Weißt du was? Lass es verschwinden. Lass mal... Ah, ich habe es nicht... Wir haben es nicht gesehen. Das haben wir nicht gesehen. Das haben wir nicht gesehen. Wir haben ja mehrere Fragen da. Keine Haare mehr auf dem Kopf oder keine Augenbrauen mehr haben wollen. Was für eine Frage ist das? Das ist ja besoffene. Keine Haare mehr auf dem Kopf oder keine Augenbrauen mehr haben wollen. Neuse Blödsinn, oder? Augenbrauen kannst du auch, da gibt es ja permanent Make-up. Keine Haare mehr auf dem Kopf. Das stört mich nicht. Ich bin zum Bundesherkommen. Hast du Glatze gehabt mal? Ja, da hatte ich eine Glatze. Also die haben alle geglaubt, dass ich ein Nazi bin, weil ich so reingekommen bin, habe so geschaut. Ich heiße, ich habe einen österreichischen Nachnamen. Ja, ich auch mittlerweile. Ich heiße ja Nuri Ötzkan, nochmal. Ich heiße Norbert Öztaler. Ihr habt es ja einfacher, ne? Jugos geht ja noch durch, ne? Ihr isst Schweinefleisch, ihr trinkt Alkohol und so. Als Türker bist du schon 2.0 im Rückstand. Ja, bei mir. Ich habe immer meinen Vorteil mit meinen österreichischen Nachnamen. Kannst du türkisch ein bisschen zu? Hadigel Gizelim, Uza Klara Gedelim, Marabamla, ist densen stark. Bruder, du kannst besser türkisch als ich? Halbtürkisch als ich habe. Oh, du bist wirklich ein Kebab, Junge. Du kennst dich aus. Was heißt? So, haben wir noch was? Was? Okay. Noch ein Spiel? Wir haben noch einen Narzis. Echt jetzt? Ja. Ah ja, bei mir haben wir ja. Wir wollen schon gehen gerade. Hunger habe ich schon. Ich muss körperlich so... Du auch, ich auch. Beide müssen. Ah ja, das wird was. Gut, okay. Okay? Scheiße. Okay, okay, okay. Das ist gut, das ist gut. Herz? Herz? Nein, 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 nein. Herzklappe. Was ist jetzt passiert jetzt? Herzklappe verstehe, was gibst du her? Liebesbrief. Wie soll ich Liebesbrief machen? Liebesbrief, komm. Das war der ärgste Liebesbrief, das war schon geschrieben. Liebesbrief, okay. Nein, nein, ich mache noch eins. Okay. Helikopter oder was? Auto. Fahren. Fliegen. War es auf der Flucht oder was? Gefängnis. Einsperren. Polizei. Polizei ist das? Polizei, Achterhoffe. Ich habe Sirene gemacht. Auto. Polizei. Das hast du nicht gemacht? Ah ja. Ah, ich mache noch eins ein. Schon wieder Schaß? Wirklich? Das geht nicht. Das kann ich nicht. Nein, nicht mehr andere. Wie soll ich Raumschiff? Wie würdest du ein Raumschiff? Okay, jetzt bist du dran. Scheiße, ich bin dran. Nägelbeißen. Ja, Alter. Ja, Alter. Trainieren. Was machen? Ah, Ziehharmonika! Ziehharmonika! Was? Ziehharmonika! Ich bin gespannt. Okay, jetzt, jetzt. Geld... Geldwäsche. Was? Heee, he, 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 he. So, Bruder. Oh, Alter. Zahn... Zahnrad! Wir lernen dazu. Wie soll ich den Brunnenmarkt dir beschreiben, Bruder? Ich hab zwei da. Haha, das ist geil. So warte kurz, ich zeig euch, was das ist. Du darfst nicht schauen, Bruder. Ich hab nicht geschaut, ich hab nicht geschaut. Schnurbeld. Türschwer! Kompli... Bauer! Na! Ham, ham! Türkei! Ich hab dir Töner gemacht, ich hab den Türsteuer gemacht, ich greif da, weißt alles, Bruder. Ich weiß, das war kein Türkei, das war eine andere Töner. Ich danke dir. Danke, Bruder. Was weißt. Super. Ich glaub, im Brunnenmarkt krieg ich jetzt Bauchstich am Rücken.